Spiegel Coaching Krisenmeistern Folge 7 – So ist es Das Schwierige, das Belastende, das Furchtbare zu akzeptieren, ist schwer. Warum ich? Warum ist das passiert? Solche Fragen schieben sich in einer Krise immer und immer wieder ins Bewusstsein. Doch Forscher und Psychotherapeuten halten die radikale Akzeptanz für eine wichtige Voraussetzung, um eine Krise zu bewältigen. Denn eines ist klar. Die Bewältigungsprozesse sind individuell unterschiedlich. Doch die Emotions- und Trauerforschung, die positive Psychologie und die Live-Event-Forschung verfügen heute über Erkenntnisse darüber, welche Haltungen, Strategien und emotionalen Regulationsprozesse dazu führen können, dass Menschen Krisen meistern. Akzeptanz ist in vielen wissenschaftlichen Ansätzen ein wichtiger Baustein. Dabei geht es nicht darum, das Schicksal klaglos anzunehmen und etwa dem verlorenen Job der gescheiterten Beziehung nicht mehr hinterherzutrauern. Entscheidender ist, dass man sich nichts vormacht, sondern die Realität zur Kenntnis nimmt. Denn dieses Annehmen macht es möglich, mit krisenhaften oder sogar bedrohlichen Situationen zurechtzukommen. Akzeptanz einer sehr schwierigen Situation bedeutet manchmal aber auch, dass man seine eigene Verwundbarkeit akzeptiert und sich selbst eingesteht, dass man Zeit und auch die Hilfe anderer braucht. Einzelstudien zeigen immer wieder die Bedeutung der Akzeptanz in Lebenskrisen. Der Psychologe Sebastian Remmers von der Universität Koblenz-Landau befragte 66 Trauernde, die gerade ihren Lebenspartner verloren hatten. Er fand heraus, dass diejenigen, die von Anfang an der Aussage zustimmten, »Ich akzeptiere, dass es passiert ist und dass nichts zu ändern ist«, viel weniger depressive Symptome entwickelten und sich schneller erholten als andere befragte. Diese faktische Akzeptanz war sogar wichtiger als der Faktor Optimismus oder der Grad der sozialen Unterstützung, der den Trauernden zuteil wurde. Doch Akzeptanz fällt manchen Menschen eben schwer. Umso wichtiger ist es, sich darin zu üben, Dinge, die man nicht ändern kann, ein bisschen leichter annehmen zu können. Wichtig? Akzeptanz heißt nicht, dass man etwas angenehm findet oder gar gut heißt, was in Wahrheit schwierig und traurig ist. Eher geht es darum zu erkennen, dass etwas gerade Fakt ist und daher nicht mehr zu ändern. Das kann sich auf Kleinigkeiten beziehen, zum Beispiel »Es regnet, auch wenn es mir nicht passt« oder auf existenzielle Belange, zum Beispiel »Es gefällt mir nicht, dass meine Partnerin mich verlassen hat, aber ich kann es nicht ändern.« Es ist also sinnvoll, die Fähigkeit zur Akzeptanz zu stärken. Die folgende Übung kann Ihnen helfen, die annehmende Haltung ein wenig zu trainieren. Was wäre wenn? Falls Sie gerade nicht in einer Lebenskrise sind, überlegen Sie sich eine Sache, die Sie im Moment sehr stört und die Sie so nicht hinnehmen können. Falls Sie gerade in einer tiefen Krise sind, überlegen Sie, was genau Sie nicht akzeptieren können bzw. was für Sie als unannehmbare Zumutung dieser Krise erscheint. Stellen Sie sich nun in einem nächsten Schritt die Frage, »Was würde ich fühlen und was würde ich tun, wenn ich ein Mensch wäre, der zur Akzeptanz fähig ist?« Begeben Sie sich probehalber in die Rolle einer Person, der das Annehmen von unangenehmen Tatsachen gelingt. Was würde diese Person tun, denken und fühlen? Nehmen Sie sich nur eine Minute lang Zeit, zu ergründen, was Sie in dieser Rolle empfinden und welche Haltung Sie einnehmen. Wichtig, sobald Sie das nächste Mal anfangen zu schimpfen, zu hadern und zu grübeln, warum gerade Sie in einer Krise sind, denken Sie wieder an diese Haltung einer Person, die zur Akzeptanz fähig ist. Auf Dauer trainieren Sie so, die annehmende Position einzunehmen und merken auch, dass es nicht heißt, dass Sie alles kampflos hinnehmen. Eher ist es wichtig, sich immer den folgenden Vorteil vor Augen zu halten. Erst wenn wir etwas akzeptieren, können wir es auch loslassen und die Situation verändert sich möglicherweise ein wenig. Danach macht es mehr Sinn, aktiv zu werden und Dinge zu verändern. Je belasteter Menschen sind, desto mehr verlieren sie ihre eigenen Bedürfnisse und langfristigen Wünsche aus den Augen. In der nächsten und letzten Folge dieses Coachings geht es darum, sich wieder auf sich selbst zu konzentrieren. Spiegel Coaching Krisenmeistern , Tänze PREDbike